Ein Tag von Nikolaus. Nicht vergessen, Schuhe putzen und vor die Tür stellen. Denn wir haben ja bald Nikolaus. Hoffentlich kriegen wir was. Wir waren ja artig. Gehe ich mal von aus. Großenteils. Sicherlich. Na ja. So, danach hüpfen wir mal gleich in die Federn, denn ich kann es kaum abwarten, dass der Nikolaus mir was bringt. So eine neue Xbox wäre ja auch nicht schlecht. Aber wir schauen, ob wir so artig waren. Aber es ist ja auch nur der Nikolaus. Vielleicht kriegen wir auch nur ein bisschen Schokolade. Boah, was? Schon morgen? Da wollen wir mal schauen, ob der Nikolaus uns was gebracht hat. Okay. Jetzt kommt es. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir artig waren. Oh, ein Keks. Ja, besser kann es ja gar nicht laufen. Wir waren ja artig. Sehen wir ja. Wunderbar. Ähm, was ist das denn? Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Ja, guten Tag. Was für ein Spinner. Hm, aber der Kies ist lecker. Ich wünsche euch einen frohen Nikolaus. Ich hoffe, ihr hattet auch was im Schuh. Oder schade ich aus. Ich wünsche euch jemanden, Und dann wurde esISE dich. Vielen Dank.